Hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier einen großen Karton bekommen, wo lustig Tiere drin sind. Ich weiß aber noch nicht genau welche, weil meine Kollegen nämlich bestellt haben. Da müssten wir jetzt einfach mal schauen, was wir da Schönes haben. Und gucken wir mal, was wir da Schönes haben. Ach, guck mal einer, schau. Da haben wir endlich die heiß ersehnten Zwerchbadergaben. Gucken wir uns die doch mal an. Das sind jetzt noch Jungtiere, werden so 25 bis 30 Zentimeter groß, sind höchsten Bewohner, auch eigentlich ganz friedliche Vertreter, kann man auch mal rausholen, aber sind halt keine Kuscheltiere. Aber dann wissen wir ja, die sehen doch alle schon mal sehr gut aus. Wären so 25 bis 30 Zentimeter, kann man schön im Wüstenterrarium halten. Ist auch was für Leute, die sich jetzt noch nicht ganz so mit der Terroristik beschäftigt haben. Klar, man muss vorher immer was lesen, das ist auf jeden Fall immer Pflicht, aber die kann man halt wunderbar halten. Wir müssen auch viel Grünzeug, also nicht nur Heimchenheuschrecken. Wenn sie klein sind, mehr Heimchenheuschrecken, Lebenfutter. Aber wenn sie dann größer werden, gehen sie dann auch mehr an Salat und Grünzeug. Also wunderschön zu haltende Tiere, entweder 1 zu 2 oder einzeln. Ja, dass die halt nicht so riesig werden wie die normalen Badergaben, die werden ja so 50, 60 Zentimeter groß. Die bleiben ein bisschen kleiner. Man braucht nicht so ein riesiges Terrarium, also für ein Tier mindestens 1,20 Meter. Das ist noch vertretbar, damit kommt man noch gut klar. Und die haben auch jetzt schon eine richtig schöne Größe, sind schön pummelig. Und ja, sehr schöne Tiere. Die gucken wir uns jetzt alle einmal an und dann kommen die in die Quarantäne. Da guckt sich der Tierarzt die nochmal an. Na, dann überprüfen wir nochmal den Kot. Und dann kommen die die nächsten Wochen irgendwann zu uns nach vorne quasi, dass wir die dann verkaufen können. Jetzt nehmen wir ein bisschen Desinfektionsmittel. Ich sehe schon, da kommen Wasserschildkröten. Da wäre es schon besser, wenn wir uns mal die Hände ein bisschen desinfizieren. Das ist immer besser. Wenn man von einem Tier zum anderen geht, sollte man sich immer die Hände desinfizieren. Weil man weiß ja nie so genau, was da drin doch noch lauert im Kot. Oh, ihr seid ja süß klein. Oh Gott, ihr seid alles so süße kleine Nachzüften. Gott, wie Mini-Winni. Das ist halt eine richtig schöne kleine Wasserschildkröte, die man auch gut im 1,20 Meter Aquarium super halten kann. Am besten einzeln, weil untereinander ist ja immer so eine Sache. Entweder klappt es oder klappt nicht. Deshalb lieber einzeln halten, da ist man auf der sicheren Seite oder später mehrere Weibchen oder ein Männchen mit mehreren Weibchen. Weil die Männchen sich untereinander gerne mal streiten oder beißen. Und dann kann natürlich sein, dass man dann halt Probleme bekommt. Deshalb würde ich sie vielleicht lieber einzeln halten oder ein bisschen warten, bis die größer sind, bis man mal ein Geschlecht erkennen kann. Weil jetzt sind die einfach noch so winzig. Das ist eine schöne Art, weil die werden ungefähr, sag ich mal, ein bisschen größer wie ein Brötchen. Super schön zu halten, super schöner Panzer. Gott, sind die süß. Kleiner roter Bauch. So ein schön Strich in der Mitte. Das sind jetzt Nachzuchten von diesem Jahr. Sieht man auch, die sind ja noch super winzig. Die werden nicht der Natur entnommen. Also wir haben sowieso mehr Nachzuchten, als dass wir noch Wildfänger haben. Weil der Trend geht einfach zur Nachzucht. Da braucht man nicht unbedingt was zu entnehmen. Als Nachzucht sind die auf jeden Fall gesünder. Ist auch das Immunsystem nicht so belastet. Da hat man eigentlich längere Zeit Freude dran. Also an Wildfängen, die dann vielleicht noch von Wurmt reinkommen, die wir dann erst noch großartig entwurmen müssen. Und das ist halt immer so eine heikle Sache. Guck mal, was wir noch Schönes haben. Oh, da haben wir auch tropische Landschildkröten. Die sind ja toll. Das sind ja meine Favoriten. Gelb-Brand-Scharnierschildkröten. Wären ungefähr auch, ja ich sag mal so groß. Sind tropisch zu halten. Machen nur eine ganz kleine Winterrurk, wo er ganz leicht quasi von den Temperaturen runter geht. Und die fressen auch gerne mal Fleisch. Also man kann denen mal einen Regenwurm geben. Mal eine klein gehackte Babymaus. Die gehen nicht nur an Grünzeug dran. Also die finde ich eigentlich total toll und knuffig. Weil man kann die auch wirklich schön im Terrarium halten. Wenn man jetzt draußen keinen Garten hat oder so, kommt man auch in der Wohnung mit denen super gut klar. Also das sind richtig schöne kleine Schildkröten, die wirklich alles Fresser sind. Und die sind so drollig. Wenn die einen sehen vorm Terrarium, kommen die schon an und möchten gerne ein Leckerchen haben. Also die sind echt zuckersüß. Dann machen wir euch was jetzt zu. So, jetzt gehen wir mal zu dem Desinfektionsmittel. Sind zwar alles Nachzuchten, aber von einem Tier zum anderen muss man ja trotzdem nicht. So, jetzt geht's weiter. Schauen wir mal. Ah, nochmal Wasserschildkröten. Diesmal ganz winzige. Da hätten wir die kleinen Moschusschildkröten. Die sind ja wirklich zuckersüß. Guck mal, wie klein die sind. Das sind auch kleine Nachzuchten von diesem Jahr. Also noch Mini-Winnis. Die können doch gar nicht so lange aus dem Ei sein. Sehr drollig. Das sind somit die kleinsten Schildkröten. Die werden wirklich so groß wie ein Brötchen. Die kann man im Meta-Aquarium wunderbar halten. Sollte man die einzeln halten, das wäre auf jeden Fall besser. Weil die Männchen oder sowieso die Moschuss sind immer so untereinander so ein bisschen ruppig. Also meistens ist es da einfacher, die einzeln zu halten. Da hat man keine Probleme, dass die sich irgendwann mal auseinander nehmen. Ja, die Moschuss sind untereinander alle so ein bisschen ruppiger. Also Männchen und Weibchen. Muss man wirklich nachher gucken, wie gut die sich verstehen, ob man die vergesellschaften kann. Ansonsten lieber einzeln, da ist man auf der sicheren Seite. Wenn man die jetzt ins Aquarium packt, würde ich die erstmal in ein kleineres Aquarium setzen. Also sag ich mal so 80 Zentimeter. Und erstmal ganz wenig Wasser unten rein. Weil die können doch nicht so gut schwimmen. Dadurch, dass die ja so ein bisschen aussehen wie so ein Osterei. So ein bisschen oval sind. Schwimmen die auch so ein bisschen torkelig. Und dann wäre immer gut, wenn die mal den Kopf auch mal aus dem Wasser heben können. Oder wenn man da Wasserpflanzen rein macht. Und Landteil, Schwimminseln oder so. Dass die immer mal mit dem Kopf aus dem Wasser kommen. Dass die da nicht ihren Freischwimmer machen müssen, bis die irgendwo mal eine Landzunge erreichen. Deshalb ein bisschen aufpassen, gerade bei den Babys. Also für mich die schönste Schildkröte ist wirklich diese Gelbrandscharnier. Diese tropische Landschildkröte. Die finde ich einfach toll. Die sind wunderschön und die sind so cool drauf. Nochmal ein bisschen desinfizieren. Wer haben wir denn noch? Ach, guck mal. Da haben wir vier Zehen Landschildkröten. Und jetzt haben wir mal deutsche Nachtschutzzuchten bekommen. Das ist auch was richtig Feines. Die werden so um die 20 Zentimeter groß. Man muss sie natürlich im Sommer nach draußen setzen. Die sollten dann den ganzen Sommer, sag ich mal, bis zum Herbst draußen bleiben. Im Gehege, mit einem kleinen Gewächshäuschen, kleine Lampe. Wenn mal schlechtes Wetter ist, dass sie sich irgendwo einmummeln können. Und die Übergangszeit von, dass sie aufwachen, bis man sie wieder nach draußen setzen kann in den Garten. Sollte man sie vielleicht in einem bescheiden Terrarium halten. Mit einer vernünftigen UV-Beleuchtung. So lange, bis das, ja, ich sag mal Mai, Juni, bis das draußen wieder warm genug ist, bis man sie wieder nach draußen setzen kann. Gibt auch dunkle Landschildkröten. Also da fällt mir zum Beispiel ein, die Breitlandschildkröte. Die wird, wenn sie immer größer wird, wird sie nachher pechschwarz. Sieht dann nachher aus wie so ein Helm, der durch den Garten streunert. Oder als tropische Art, die Pracht-Erdschildkröten, die sind auch dunkel mit rötlich. Also die sind nicht alle hell. Zuerst sind sie quasi, ja, hell und dann werden sie irgendwann dunkel. Gut, die Pracht-Erdschildkröten sind von Anfang an dunkel. Genauso wie die Gelbrandscharnier. Gibt nichts, was es nicht gibt. Oh, da haben wir aber jemanden sehr hübsches. Oh, du bist ja aber ein hübsches Kerlchen. Nehmen wir noch mal ein bisschen Desinfektionsmittel. Und du bist ja ein hübscher. Hi. Geht. Guckt noch ein bisschen skeptisch. Die Augen sind schon kugelrund, die sind nicht innenliegend. Also hat er genug getrunken. Die Farbe ist natürlich der absolute Hammer. Sag mal, Chamäleons sind immer ein bisschen schlanker. Da sieht man manchmal so die Rippen an den Seiten. Na, das ist aber ganz normal. Aber das ist ein wunderschönes Männchen. Ja, das ist manchmal so die Färbung von dem Tierchen. Der kann natürlich auch noch ein paar andere Farben machen. Aber, ähm, ich sag mal, im Moment hat er sich für rot entschieden. Na, das sind die Panther-Chameleons. Das sind somit die buntesten. Ja, siehst du, da hat er nämlich gar keine Lust mehr auf mich. Ja, ich glaube, wir setzen ihn einmal wieder rein. Erstmal deine Ruhe. Ich glaube, den stellen wir erstmal wieder in die Kiste. Weil der halt so ein bisschen hibbelig ist. Gucken wir, was wir noch haben. Nein, ich hätte gesehen, hier war noch ein kleines Chameleon. Die Panther-Chameleons werden so 50, 60 Zentimeter, die Männchen. Die Weibchen bleiben deutlich kleiner, meistens so um die 40. Und die sollte man dann einzeln halten. In Terrarien mindestens so Meter 20, 60 Meter 20. Das ist das absolute Mindestmaß. Klar, größer geht immer. Wenn die erstmal klein sind, kann man erstmal mit einem kleinen Terrarium anfangen. Aber später sollte man dann wirklich gucken, dass man noch was Größeres findet. Wichtig ist, oben sollte Gase sein. Kein Lochblech. Dass man die Lampen oben drauf stellt. Dass die da gar nicht drankommen oder mit der Zunge gegen schießen. Dass die sich absolut nicht verbrennen können. Das ist halt wichtig bei denen. Und dann viel Grünzeug rein. Die gehen auch nicht an Grünzeug dran. Also wenn sie da pflanzen, in allen Variationen. Sag mal, der ist jetzt natürlich ein bisschen gestresst vom Transport. Auch wenn der Transport nur relativ kurz ist. Die Farben, die kommen jetzt so nach und nach. Aber man kann schon erahnen, dass er ein richtig hübsches Männchen wird. Wenn er sich ein bisschen eingelebt hat. Der ist jetzt ein bisschen dunkel. Und wenn er nachher knallige Farben kriegt, dann sieht man so nach und nach, dass er sich dann auch wohlfühlt. So Schätzelein. Dich auch mal an die Seite. Und gucken mal, wer wir da noch haben. Dann haben wir da noch ein Mädel. Die Mädels von den Panther-Chameleons sind meistens orange oder so ein bisschen rötlich, grau. Je nachdem, die sind nicht so bunt wie die Männer. Was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut. Weil sonst ein schönes, super oranges Chameleon ist auch was Feines. Also sag ich mal, so die orange Farbe ist auch was Feines. Gerade bei den Mädels. Da kommt auch noch ein bisschen was dran. Die ist auch noch lange nicht ausgewachsen. Das Allerschönste. Ja, ähnlich Panther-Chameleon-Männchen. Die sind halt von der Farbe unschlagbar. Das sind wie kleine Juwelen aus dem Regenwald. Superschön. Eigentlich Panther und Jem-Chameleons. Die sind so die Renner. Die anderen Chameleons sind meistens Berg-Chameleons. Die sind dann ein bisschen schwieriger von der Haltung, weil die nachts richtig mit den Temperaturen runter müssen. Und da geht man quasi in so einer normalen Wohnung halt in die Knie. Das kriegt man nicht unbedingt immer hin. Da wird es dann wirklich schwierig. Deshalb kann man die besser hochheizen, als dass man sie runterkühlt. Dann bräuchte man für die anderen, sag ich mal, ein Kühlaggregat, was man oben drauf stellt, dass man so zwei, drei Grad schafft. Mindestens. Ansonsten müsste man wirklich noch gucken, dass man die, sag ich mal, in den Keller stellt im Hochsommer. Dass es da einfach kühler ist. Nicht Heizungskeller. Normaler Keller. Gewölbekeller oder so. Dass man da mit dem Temperaturen mal so ein bisschen runterkommt. Sonst sind die halt schon schwierig hier zu halten. Sonst hat man da nicht lange Freude dran. Wir haben so einen Kühler da. Gibt den nicht von vielen Firmen. Gibt es noch eine Firma, die den Kühler hat. Aber den gibt es. Und das schafft auch noch zwei, drei Grad. Da muss man gucken, kommt man damit klar oder muss man sich was anderes anfallen lassen. Ja, wie gesagt, oben Gase. An der Seite Gase sind Frischluftvanatica. Das muss man einfach mal so sagen. Einzelhaltung auf jeden Fall. Bei Panther und jedem gibt es so ein paar kleinere Chameleon-Arten, die man auch paarweise halten kann, wenn das Becken groß genug ist. Und bei den Weibchen schön viel Bodengrund rein. Weil die können auch Eier legen, ohne dass sie befruchtet sind. Und damit sie das dann natürlich auch schaffen, sollte man ja irgendwas zur Verfügung stellen. Da kommt nichts raus. Aber die Eier müssen raus aus dem Bauch. Sieht geil wie. So, das sind jetzt einige Tiere, die wir hier ausgepackt haben. Längst nicht alle, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen auch sprengen. Wenn ihr demnächst wieder Lust habt, einzuschalten, dann drückt die Glocke und schreibt in den Kommentaren doch einfach mal, ob wir mal öfter so eine Auspack-Session machen sollen oder was ihr euch sonst vorstellt. Wir sind da sehr flexibel. Bis zum nächsten Mal. Tschö.